Hallo Leute, hier ist euer Dizybias mit einem brandneuen Video und heute habe ich Clash of Clans für euch und ich hoffe, dass ich hier den Ton vom Game gleich habe, sonst wäre das ein bisschen langweilig für euch. Hier haben wir noch den Ton vom Game und ja, ihr seht, ich habe ein bisschen mein Dorf umgestrukturiert, ist jetzt falsch zu sagen. Erstmal wollte ich euch fett danken, wir sind mittlerweile 34 Member in unserem Clan, wir waren mal zwischendrin immer wieder 50, aber es sind immer wieder welche rausgegangen und welche hin und her gejumped, das haben wir jetzt gemacht, auf, man kommt nur noch rein mit Einladung. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Es sind auch recht coole Member drin, es sind auch alle recht aktiv und wie ihr seht, ich habe sieben Tage Schild gehabt, ich habe nur noch einen Tag und neun Stunden, aber das juckt euch jetzt mal gar nicht. Und was habe ich dabei jetzt geschafft? Ich habe geschafft, meine Bogenschützen mache ich gerade auf Level 6, jup, dauert noch neun Tage. Ich mache gerade meinen ersten X-Bogen und Leute, ihr seht, ich baue gleich den zweiten X-Bogen und zwar jetzt. Zack, die Bohne, zweiter X-Bogen ist am Start und morgen baue ich dann noch die, die blöde, die Sumpftotterblume, ne die, 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 die komische Frau da, die da. Die mache ich morgen noch. Da fehlt mir noch ein bisschen dunkles Elixier, aber das sollte ich noch locker schaffen bis morgen. Tannenbaum ist auch am Start mit Geschenken drunter. Ähm, ja. Ihr habt gesagt, ihr wollt geschaffen Klans-Videos, jetzt ist die Frage, was genau stellt ihr euch darunter vor? Ich wollte euch jetzt einfach mal kurz zeigen, wie ich mein Dorf neu umgestrukturiert habe. Ich finde, ihr habt zwar richtig geile Sachen jetzt geschafft hier. Ähm, muss natürlich noch mein Dorf noch umbauen, wenn ihr fertig gemacht habt, da könnt ihr euch dann nochmal zeigen, wie ich mein Dorf umgebaut habe. Ähm, nochmal danken dafür, dass so viele in den Klang gekommen sind und nochmal dazu aufrufen, dass wenn ihr Bock habt, ihr natürlich gerne joinen könnt. Und das war's dann eigentlich auch schon davon. Ähm, dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin haltet die Ohren steif. Servus, Leute! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.